Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Elex, hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr hier eingeschaltet habt. Wir sind jetzt, äh... Warst du schon im Käfig? Bei den Outlaws. Ich hab damit nicht gerechnet, hierher zu kommen. Ähm, ich hab das bei dem Let's Player, den ich in der letzten Folge erwähnt habe, ähm, erst gesehen. Tidim. Deswegen hat es mich gerade gewundert. Wen haben wir denn da? Ein neuer im Geheiligten Land. Coole Sonnenbrille. Wenn du dich im Vorfrei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. 200 Splitter als Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Ich war da schon drin. Ich komm... Hä? Von mir bekommst du gar nichts. Weißt du was? Ich mache dir einen Vorschlag. Ich lasse dich umsonst rein. Dafür zahlst du mir das nächste Mal das Doppelte. Deal? Vergiss es. Ich mache dir so ein großzügiges Angebot und du lehnst es ab? Ich bin wirklich schwer enttäuscht, dass ich das machen muss. Ähm. What the fuck? Was war das denn? Eine Aktion. Du hast hier nichts verordnet auf. Sieh zu, dass du verschwindest. Ich brauche mal irgendwo ein Bett. Ey, das kann doch nicht sein. Nein! Also das Spiel frustet mich manchmal ein bisschen. Oh, 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 oh. Na? Hallo? 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 Ah. Okay, wir gehen mal nicht zu Spike. Steht ein M1A-Proms. Neisser Panzer. Warst du schon im Käfig? Warst du... So, wer bist du, Blake? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich habe cool Rüstung. Wer ist Baxter? Du bist wirklich nicht von hier, was? Baxter, der Blutige. Er hat dieses Lager hier gegründet. Man sagt, er habe über ein Dutzend Schakale mit bloßen Händen getötet. Hat ihnen ihre Innereien durch den Hals gezogen und ist dann geflohen. Geflohen? Na, vor dem Duke. Er hat ihn aus dem Vorher vertrieben, als er die Macht übernommen hat. Er hat ihm auch die Schakale auf den Hals gehetzt, sagt man. Aber was davon stimmt und was nicht, musst du für dich entscheiden. Wer ist Logan? Du weißt nicht, wer Logan ist. So heißt der Duke. Du hast doch nicht geglaubt, dass der Duke wirklich nur der Duke heißt, oder? Doch, eigentlich schon. Erzähl mir mehr über Baxter. Er ist jetzt der Boss von's Ganze und ein ziemlich harter Hund. Du solltest ihm nicht krumm kommen. Apropos dem Duke krumm kommen. Ich hätte da etwas, wofür ich jemanden wie dich brauchen könnte. Jemanden wie mich? Naja, du weißt schon. Jemanden, der dem Duke nichts schuldet. Pass auf, ich erklär's dir. Der Duke hat ein Waffenlager, in dem er unter anderem eine Menge Granaten lagert. Und ich verkaufe Granaten. Mein Problem ist, dass er genug Granaten dort lagert, um die Preise kontrollieren zu können. Wenn er sich entschließt, mehr zu verkaufen als ich, dann fallen die Preise plötzlich. Und wofür brauchst du jetzt mich? Ich will, dass mindestens drei Granatenkisten aus Dukes Lager verschwinden. Wie, ist mir egal. Wenn du sie allerdings mir bringst, wäre ich gewillt, mit dir zu teilen. Überleg's dir und sag mir dann Bescheid. Okay. Wegen deiner Granatenkisten. Hast du dir überlegt, ob du sie für mich klauen willst? Äh, ja klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gute Entscheidung. Also, bring mir die drei Kisten und dann kannst du dir deine Belohnung aussuchen. Alles klar. Klar. Handel mit mir. Ähm, verkaufen. Hab ich irgendwas, was... Weil ich hab glaub keine Gewichtsbegrenzung, wie das aussieht. Okay. Dann machen wir ihm mal die Mission. Wo ist denn das? Das ist ja gleich hier. Diese Viecher machen mich extrem nervös, ey. Wer bist du denn? Ah, der neue... Coole Sonnenbrille wieder. Habe mir schon gedacht, dass du früher oder später hier aufkommst. Die haben coole Klamotten. Auch wenn du echt Eier haben musst. Als niemand durch das Ödland. Respektable Leistung. Aber lass dich willkommen heißen. Danke. Bei den ganzen Arschgeigen hier sind ein paar warme Worte sicher erfrischend. Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Das kommt ganz darauf an, wie viel du investieren willst. Und warum sollte ich sie bei dir investieren? Wenn du bei mir deine Splitter anlegst, wird es sich für dich bezahlt machen. Vergiss nicht. Ohne Splitter landest du bald in der Gosse bei den Junkies. Also, wie viel Splitter machst du locker für ein paar gute Tipps? Ich gebe mir mal 50. Mehr gibt es von mir nicht. Was? Ich weiß nichts von irgendwelchen Tipps. Hier, da hast du deine Almosen zurück. Bist du zu jedem Neuen so freundlich? Nein, aber du erwischst mich an einem guten Tag. Bin vor kurzem zum Schlechter ernannt worden. Und das geht einher mit allerlei Annehmlichkeiten. Warum wurdest du befördert? Ich habe mir einen Namen geboxt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du dir also Respekt verschaffen willst, mach es wie ich und kämpf in der Arena. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du sicher? Ich habe fast alle meine Kämpfe gewonnen. Und wenn du dir jetzt von mir die Beulenpest einfängst, dann kratzt das sicher an deinem Ego. Zumal ich dir keine Revanche einräumen werde. Treffen wir uns in der Arena. Wie du willst. Ich habe dich gewarnt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Später habe ich vielleicht Zeit. Hm, schade. Dann müssen wir mit dir kuscheln. What the fuck? Kwinkel doch einfach mal in die Ecke, Junge. Ganz cool. Kann man machen. So, da oben müssen wir hin. Das ist unter mir, oder? Brauche ich da nur einen Eingang. Ah, hier ist ein Teleporter. Den können wir mal freischalten. Guten Tag. Ich soll hier ein paar bestellte Kisten... Wer zum Geier hat dich denn hier reingelassen? Wer bist du denn? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung hast, mich bei meinen Geschäften zu stören. Logan. Du bist zweifelsohne der Boss hier. Ha, ist ja schön, dass sich das schon rumgesprochen hat. Dann erzähl mal, warum ich dich nicht gleich häuten lasse. Brauchst meine Hilfe. Du brauchst meine Hilfe. Hm, tatsächlich. Bist du denn gut? Ich bin der Beste. Hahaha, du machst mir Spaß. Hast Glück, dass ich gerade gute Laune habe. Also, raus mit der Sprache. Was willst du von mir? Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Tö, nach außen wirken wir vielleicht wie ein Haufen von Abtrünnigen und Halsabschneidern. Ohne Disziplin. Ohne Ehre und Gesetze. Werte, die die anderen Fraktionen da draußen auf ihrer verzweifelten Suche nach Stärke und Erfolg so hoch halten. Aber ich verrate dir was, weil du es nicht zu wissen scheinst. Wahre Stärke liegt in dem Bestreben nach Unabhängigkeit und dem Erhalt deines freien Willens, mein Junge. Die meisten hier haben nichts zu verlieren. Sie scheißen auf Gesetze und Ehre. Im nackten Kampf ums Überleben ist sich jeder selbst der Nächste. Ein einfaches Prinzip, was auch jeder einfache Geist versteht. Ich, der Duke von Tavar, bin der Einzige, der ihnen wahre Freiheit und Unabhängigkeit garantieren kann. Darum und nur darum werden wir am Ende auch die Letzten sein, die noch stehen, wenn alle anderen schon längst gescheitert sind. Wie steht es um Verhandlungen mit den anderen Fraktionen? Verhandlungen? Du machst wohl Witze. Mit wem denn? Den naturvernarrten Quacksalbern und Träumern aus Edan? Es heißt, ihr Anführer Thorald sei abgehauen und vergnügt sich jetzt auf irgendeinem Berg da unten in ihrem... ...Waldland. Sie haben ihm den niedlichen Beinamen Pilger gegeben, damit sein Ego-Trip einen guten Namen hat. Tch, das nenne ich mal gute Menschenführung. Tja, und über die völlig durchgeknallten Alps brauchen wir uns ja wohl nicht unterhalten. Und die Kleriker? Pah, diese fanatischen Hohen Herren verkriechen sich hinter ihrem falschen Gott. Ich sage, nutze ihre technischen Fähigkeiten, aber gib ihnen keine Macht. Aber, wie gesagt, wir halten uns an unsere Freiheit und lassen uns unseren Geist nicht von diesen Verrückten vergiften. So, und jetzt endet deine elende Fragerei über Dinge, die du sowieso nicht verstehst. Verstanden? Gib mir einen Job. Hm, hier ist es wirklich ernst damit, oder? Ja. Na gut, bevor wir hier noch weiter dumm rumlabern, ich hab da was für einen wie dich. Im Raketensilo findest du Konrad. Er ist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Er bastelt da unten an einem wichtigen Projekt für mich. Er soll eine Bombe bauen. Eine wirklich große Bombe. Leider dauert das Ganze schon viel zu lange, und ich werde langsam ungeduldig. Ich will, dass du runtergehst und diesem Dämlack von Wissenschaftler Beine machst. Wenn er nicht bald fertig wird mit dem Ding da unten, dann seid ihr beide dran. Ich hoffe, das war deutlich. Okay. Du glaubst, ich bin der geeignetste für den Job? Ja, weil du entbehrlich bist. Darum wirst du auch gleich mit entsorgt, wenn die Sache da unten schiefläuft. Hm. Hör mal zu, du Penner. Ich hab dir gerade einen Befehl erteilt. Also tu, was ich dir sage. Sonst ist dein kläglicher Auftritt hier beendet. Ist das klar? Was müsste ich tun, um ein vollwertiger Outlaw zu werden? Was müsstest du? Hab ich dir nicht gerade gesagt, was du tun sollst? Wenn du mich beeindrucken willst, dann bewegt deinen Arsch und erledige den verdammten Job. Okay. Okay. Das war vielleicht eine dumme Idee. So, und wie komme ich jetzt da runter? Okay. Die Fußschritte passen oftmals nicht zu dem, was er wirklich gerade macht. Also wo er wirklich gerade lang läuft. Ich will ja die Granatkisten klauen. Aber laut Symbol ist das ja unter uns. Also das ist eigentlich schwachsinnig, dass ich das jetzt gerade hoch. So was. Okay, ein color PC. Okay. Ähm... Jetzt bin ich auf einer Ebene mit dem... Jetzt bin ich auf einer Ebene... ...verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das muss auf der Höhe sein. Genau, wenn ich nämlich hier reingehe... ...sagt er mir, ich muss nach unten. Wir nehmen einfach mal die Treppe hier. Was haltet ihr denn davon? Nicht drauf, benutzen. hier kann es besondere steine einsetzen mit der entsprechenden richtigen selbst waffen wo die tränke brau ok der tabischer schmuck erstellen chemiestachel in der geschicklichkeit ich kann ja nichts machen er kann ich noch nichts machen aber sprechen wir mit dem her was dir ja nicht einfallen etwas aus dem lager zu klauen ich bin dafür verantwortlich und wer sich dort vergreift bekommt meine waffe zu fressen alles klar okay ich brauche eine bessere rüstung das überrascht mich nicht das zeug was du da anhast schützt ja nicht immer vor einem fliegen schiss merkt ihr einfach je fetter die rüstung desto fetter der einsatz den du dafür erbracht haben muss wie gut sind eure rüstung die dinge sind echte handarbeit 1a qualität gut mit einer läuferrüstung sollte man nicht lachend in einen granaten hagel rennen aber das versteht sich wohl von selbst glaub aber ja nicht dass jeder penner die rüstung eines vollstreckers ausgehändigt bekommt wer die empfangen will muss verdammt viele ärsche lecken ha 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 zeig mir deine waren warte mal der hat ein schwert zeig mir deine waren kettenschwert schaden plus 20 kann ich noch nicht 20 25 geschicklichkeit das vier zwinger handgranate schrottschild schaden plus 20 kann ich noch warten da muss ich noch warten ich habe noch ein bisschen die rüstung der rüstung der rüstung der rüstung der rüstung Ich bin nur mal am gucken. Es ist ein Vault. Ach, das ist der Bombenbauer. Ach, scheiße. Was haben? Was genau machst du hier unten? Der Duke lässt mich an seiner Höllenmaschine werkeln. Er will, dass ich eine Bombe für ihn baue. Eine wirklich große Bombe. Wenn du verstehst, was ich meine. Erklär es mir doch mal. Ja, so ist das. Eigentlich bin ich Wissenschaftler, kein Mechaniker. Aber... Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen. Äh, frag mich doch bloß nicht nach den Plänen dieses Irren. Das ist nicht gesund. Was schätzt du denn? Hm, ich denke, er wird versuchen, damit Völkermord zu begeben. Was? Er will eine Stadt vernichten? Ah, eher ein ganzes Land, wenn du mich fragst. Welches Land will der Duke vernichten? Tja, der König der Wüste hat so einige Gegenspieler. Such dir eins aus. Das Eisland? Das Land der Berserker? Tja, wenn du wüsstest, wer ihm am meisten auf die Nerven geht, dann hättest du deine Antwort. Die Elex? Hast du denn überhaupt überall mit ihm gesprochen? Ja. Ja. Tja, dann weißt du ja, wovon ich rede, was? Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Hey, der Big Bang ist fast fertig. Aber eben nur fast. In dieser Rumpelkammer hier fehlt es an... Ach, eigentlich an allem. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch nicht fertig bin mit diesem Scheißding. Also, du siehst ja, ich hab zu tun. Was ist deine Geschichte? Och, eine sehr kurze. Die Zecken da oben überfielen einen Außenposten von uns Klerikern in Ignadon. Und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich konnte dann meine blöde Fresse nicht halten und bumms, sitze ich hier unten in der Tinte. Bums. Schon mal einen Ausbruch gedacht? Was? Was? Hast du mal raus in die Wüste geguckt? Ohne Schutz. Und ganz allein würde ich dort keine 24 Stunden überleben. Ich hab's auch überlebt. Also, vergiss es. Der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bangs helfen. Was denn? Echt jetzt? Jo. Du armes Schwein. Jo. Tja, ich sag ja, hier sind wir alle Gefangene. Auf die eine oder andere Weise. Okay, dann kannst du mir gleich mal ein paar Sachen besorgen, damit ich hier endlich vorankomme. Was brauchst du? Also, zuallererst benötige ich einen inversen Phaseninduktor. Und natürlich einen proprietären Edwards-Kondensator. Und wenn du schon mal dabei bist, hol mir noch eine konzentrische Kreuzankerspule. Wollt ihr mich verarschen? Hm. Bestimmt, aber fangen wir erstmal mit den Wichtigsten an. Es wäre gut für uns beide, wenn du dich beeilst. Der Duke wird langsam ungemütlich. Er rechnete mit der Fertigstellung des Big Bangs schon im letzten Monat. Und du denkst, du kriegst das Ding da hin? Hör mal, das Teil wird der Hammer, sag ich dir. Das war die Bombe. Hör mal ab, wenn du den Big Bang in Aktion siehst. Da wirst du Telleraugen kriegen, glaub mir. Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Hm. Lass mal überlegen. Hm. Ich hab keine Ahnung. Das muss ich ja auch nicht. Es ist ja jetzt dein Job, nicht wahr? Hör auf, mich zu verarschen, oder ich polier dir die Fresse. Hey, ist ja schon gut. Entspann dich wieder, ja? Okay, okay. Lass mich mal überlegen. Das ganze Zeug ist technischer Kram, den es auch schon vor dem großen Knall gab. Die Wüste ist voll von alten Maschinen, in denen diese Dinger verbaut gewesen sind. Such also in den Ruinen der alten Welt hier in der Wüste nach alten Maschinen. Aber pass dabei auf das ganze Insektoidenpack auf. Die scharen sich vornehmlich um alte Maschinen. Keine Ahnung, ob die das ausgelaufene Schmieröl saufen, oder? Du glaubst wirklich, ich helfe einem Irren wie dir, eine große Bombe zu bauen? Ach, komm schon. Lass uns das Ding doch erst mal zum Laufen bringen. Was wir dann damit anstellen, sehen wir dann, wenn es fertig ist. Nur keine Panik. Ich spreng das Ding schon nicht einfach so. Vertrau mir, okay? Okay. Was war das? Okay. Das ist dein Argument. Also mach schon. Besorg mir den Kram, den ich brauche, sonst steigt uns der Dug aufs Dach. Oh, scheiße. Äh. Ich steh auf einer großen Bombe. Und nix passiert. Und nix passiert. Und nix passiert. Eieiei, das kann das werden. Aber wir müssen trotzdem noch gucken, wo wir die fucking... Ich gehöre nicht zu den Outlaws. Outlaws, Berserker, Alps. Ihr seid doch alle das gleiche Pack. Ungläubige Ketzer, die das Licht Kalans nicht erblickt haben. Und jetzt sprich. Was willst du von mir? Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Sprengsatz implantiert. Wenn ich mich weiter als ein paar hundert Meter vom Fohr entferne, war es das mit mir. Bei der schrottigen Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist. Arme So. Mit dem haben wir ja gerade gesprochen. Ich muss immer noch die Kisten klauen. Wie soll ich denn das machen? Das macht alles überhaupt keine Sinn. Ich bin einfach zu doof dafür. Ja. Sie wissen doch, General, ein Gefallen für einen Gefallen. Wir haben Ihnen die ZAAU gegeben, aber die Forschungsergebnisse lassen auf sich warten. Ah. Ich habe nichts genommen. Ja, ich komme später nochmal wieder, Duke. Ich komme später nochmal wieder. Das ist ein ehemaliger Raketen-Silo. Das sind auch die ganzen Panzer und das ganze mit Militär-Silo. Dann haben wir... Was bist denn du hier? Der Toyboy, oder was? Ich weiß nicht, ob man es dir erklärt hat, aber der Duke, also mein Boss, erhebt Steuern auf sein Territorium. Und ich, armes Schwein, darf sie eintreiben. Und weiter? Ich habe dem Boss schon oft genug erklärt, dass ich kaum dafür geeignet bin. Aber wenn ich ihm die Splitter nicht bringe, legt er mir einen Strick um den Hals und er hetzt mir meine Frau auf den Arsch. Du würdest mir also einen riesigen Gefallen tun, wenn du mir die Kohle gibst, ohne Ärger zu machen. Ich habe nämlich kein Interesse daran, als Krähenfutter zu verenden. Du hast Angst vor deiner Frau? Wenn du mit ihr zusammen wärst, hättest du das auch. Ich bin nur mit ihr zusammen, weil sie es so wollte. Aber von mir aus kannst du mich später über sie ausfragen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Also, was ist jetzt mit der Kohle? Ich soll für meine Anwesenheit bezahlen? Nein, nicht nur du. Wir alle müssen das, ohne Ausnahme. Also lässt du jetzt ein paar Splitter rüberwachsen? Wenn nicht, muss ich dem Boss Meldung machen. Mach doch. Auch, wenn ich das gerne vermeiden möchte. Ich glaube dir kein Wort. Ich bin bis jetzt wirklich freundlich gewesen. Aber wenn du mir die Splitter nicht freiwillig gibst, muss ich sie mir nehmen. Versuch's mal. Der Boss steht in der Sache ganz klar hinter mir. Also leg es besser nicht darauf an. Jeder weiß, dass ich das tun muss. Und sie werden nicht zögern, mir dabei zu helfen, dir die Taschen zu leeren. Und ob du dann noch in einem Stück bist, wer weiß. Du willst meine Splitter? Dann zieh deine Waffe. Hast du mir nicht zugehört? Die Jungs hier werden mir sicher zur Seite. Niemand wird dir zur Hilfe eilen. Du bist weder ein Kämpfer, noch hat dich irgendjemand beauftragt, Splitter einzutreiben. Aber... Erspar mir das weitere Theater. Okay, okay. Ich gebe es ja zu. Ich wollte dich nur abziehen. Sag es doch. Ich verprasse die Splitter meiner Alten. Um das Leben erträglicher zu machen. Und wenn ich nicht von Zeit zu Zeit die Kohle ranschaffe, schlägt sie mich zusammen. Warum lässt du dich von ihr zusammenschlagen? Wenn ich ihr die Stirn biete, endet das Böse für mich. Ich habe ihr genau einmal gesagt, sie soll ihre Klappe halten. Als nächstes habe ich mich bei Doc auf der Pritsche wiedergefunden. Voll gepumpt mit allerlei Mist, damit ich meine Beine wiederfühlen kann. Eine ganze Woche lang konnte ich nur noch Flüssignahrung zu mir nehmen. Erzähl mir mehr über deine Frau. Meine sogenannte Frau, Iron Madison, das Dreckstück, behandelt mich wie Abfall. Wegen ihr ist mein Ruf im Eimer. Jeder Penner lacht über mich. Als mein Vater nie noch am Leben war, lagen die Dinge anders. Dem hatten sie Respekt. Jetzt heißt es nur noch, seht, da ist Liam, Nies Sohn, die größte Witzfigur weit und breit. Ich sag dir, irgendwann vergifte ich das Weib und hab meine Ruhe vor ihr und allen anderen. Deine Frau bedeutet dir also nichts. Ich sag dir jetzt mal was. Früher, ja, da hatte sie noch etwas, das man als sympathisch bezeichnen kann. Aber seit der große Boss und die anderen starken Kerle im Vor kein Interesse mehr an ihr zeigen, ist bei ihr eine Sicherung durchgebrannt. Sie konnte es wohl nicht ertragen, dass andere ihren Platz eingenommen haben. Und ihren Frust baut sie jetzt mit Schlägen ab. Wenn sie niemanden findet, schlägt sie den, der ihr am Nächsten ist. Aber ich will nicht weiter über sie reden. In Gedanken bin ich eh bei einer anderen. Äh, ja. Ziemlich verwirrend. So, mein Freund. Ich habe deine Granatenkisten. Hervorragend. Gib sie mir. Na dann, wie versprochen. Was möchtest du haben? Wenn du Kohle willst, könnte ich dich bezahlen. Oder ich gebe dir ein paar der Granaten ab. Allerdings könnte ich dir auch meine Granaten billiger verkaufen. Also, was soll's sein? Ich will ein paar Granaten. Kriegst du. Jag sie nicht alle auf einmal in die Luft. Okay. Rotlo. Gibt es da drin noch was? Klau bei ihm. Ich hätte gerne mal viel gewusst, wie viel der bezahlt. Wenn ihr nicht wollt, dass ich bei euch klaue, lasst mich nicht in eure Wohnung. Tschau. Gut, mein Lieben, wir machen aber an der Stelle Feierabend. Wenn's euch gefallen hat, schreibt's euch in die Kommentare. Schreibt's euch. Schreibt's mir in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Elixier auf meinem Kanal. Vielen Dank. Bis morgen. Tschau. Tschau. Tschau.